Ich bin angewandte Mathematikerin an der Universität Wien. Ich bin Biotechnologin und arbeite an meiner Doktorarbeit an der Technischen Universität in Wien. Ich arbeite am Konrad-Lorenz-Institut Kloster-Neuburg und ich bin Insektenforscherin. Ich mache mein Doktorat in organischer und pharmazeutischer Chemie an der Universität Wien. Wenn man dann halt wirklich hier arbeitet, merkt man, dass man genau gleich behandelt wird wie jeder andere und sich dann einfach auch irgendwie das Wissen aneignet im Zuge seines Doktors oder seines Master- oder Bachelorstudiums. Ich denke, dass die Situation der Frauen in der Wissenschaft bereits verändert ist und es ist möglich, dass es sowohl eine Familie und eine scientifische Karriere haben. Ich kann nur allen ForscherInnen raten, nicht aufzugeben und vor allem die eigenen Leidenschaften zu verfolgen. Ich hoffe, dass ein Tag das Arbeit, das ich mache, einen Impact zu haben, auf eine Medizin oder eine Krankheit zu kreieren. Personen mit autistischen Merkmalen bringen andere Sichtweisen ein in die Wissenschaft und tragen bei zur Diversität der wissenschaftlichen Landschaft. Genauso wie Forscherinnen und Forscher verschiedener Geschlechter, verschiedener Nationalitäten, verschiedener Altersgruppen.